Meine Freunde denken nur, weil ich auf Hawaii wohne, lebe ich im Paradies. Wir schlurfen ja alle nur Maitais und gehen surfen. Das letzte Mal gesurft bin ich vor 15 Jahren. Vor 23 Tagen wurde meine Frau aus einem Boot geschleudert und verletzte sich schwer am Kopf. Und als wäre das nicht schon schlimm genug. Du willst das jetzt vielleicht nicht hören, aber sie war einsam. Wer ist er? Ich will wissen, wer der Kerl ist, den meine Frau getroffen hat. Als Vater war ich nur die Reserve. Hilf mir mit ihr, ich weiß nicht mehr weiter. Und seit Elisabeth im Krankenhaus liegt, stellen mich meine Töchter auf die Probe. Dad, das ist Sid. Er bleibt bei mir. Ich bin viel netter, wenn er dabei ist. Was geht, Alter? Tu das nie wieder. Ich weiß immer noch nicht, wer er ist. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ich würde seine Eier auf eine Kommode legen und mit einem Vorschlaghammer drauf fahren. Liebt sie ihn? Vergiss es, Dad. Es gibt Wichtigeres, als diesen Typen zur Rede zu stellen. Was du da durchmachst, ist hart. Ich halte mich irgendwie über Wasser. Meine Freunde denken, nur weil ich auf Hawaii wohne, lebe ich im Paradies. Sind die verrückt? Unsere Familien sind genauso kaputt. Unser Liebeskummer tut genauso weh. Aber wir stehen das gemeinsam durch. Du und Scotty und ich. The Descendants Familie und andere Angelegenheiten – Ewanم動画 tut mir – Mitkastare und Fan Williams? Droh. Mitkastare und mitkastare idea. Jetzt verwindet! Vielen Dank.